Wer soll denn Vertrauen in dich haben, wenn du so kommunizierst? Also sobald das rauskommt, und das ist eben eine Gratwanderung, die, weiß ich nicht, ob die es wert ist, tatsächlich einzugehen, vor allem, also wenn man das Beispiel konkret hernimmt, das ist ja jetzt für Shareholder, ist es ja vielleicht noch ein kleineres Problem sozusagen, weil dort kannst du halt dann quasi nicht mehr der Shareholder sein. Wenn es rauskommen sollte, dass du den Shareholdern sagst, ja, ja, das ist unsere Strategie, und gleichzeitig kommt aber raus, deine Strategie war eine komplett gegengesetzt, dann kannst du noch immer dich irgendwie zurückziehen. Aber wenn man das jetzt von der Teamseite denkt, als Team siehst du ja beide Seiten, das ist ja das Schlimme. Also du siehst ja, was du kommunizierst nach außen, und du siehst ja auch, was dann die Führungskraft zu dir als Team kommuniziert. Und dann muss mir mal jemand erklären, wie man denn da Vertrauen aufbauen sollte, wenn deine Führungskraft nach außen in das kommuniziert, sich umdreht und sagt, ja, aber übrigens, wir machen die Strategie. Dann bin ich als Teammitglied, frage ich mich, und ist das jetzt wirklich die Strategie? Weil wenn du jetzt schon diesen einen Turn gemacht hast, woher soll ich wissen, ob du nicht noch einen Turn machst, und zu deinem Management-Team wieder hingehst und sagst, ja, übrigens, den Shareholdern habe ich A gesagt, meinem Team habe ich B gesagt, aber natürlich verfolgen wir C, weil das wollt ihr. Also das ist ja absolut verrückt, mit so einem Konzept reinzugehen. Und über das Sportbeispiel haben wir auch schon, ich weiß gar nicht, vielleicht im Sommer letztes Jahr irgendwie schon gesprochen, wo es genau darum ging, du kannst dich nicht als irgendwie Cheftrainer hinstellen und eine unterschiedliche Kommunikation haben. Also das ist auch wieder, da fehlt dir jeglicher Weltblick, wie du es schon gesagt hast, die Spieler bekommen ja beides mit, also die schauen ja die Medien, die wissen ja, was du gesagt hast, und dann wie willst du denn dein Team tatsächlich im Griff haben, wenn du so unterschiedlich kommunizierst. Also das ist einfach so ein, finde ich, absolut verrücktes Konzept, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man aus dieser Überschrift mit Nebelgranaten hier und ausgewählte Ehrlichkeit an bestimmten Stellen, wie das jemals zum Erfolg führen kann. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.